Ich möchte mit diesem Thema an die Öffentlichkeit gehen, weil ich glaube, dass Menschen oft denken, dass sie alleine nichts bewirken können. Und ich möchte zeigen, dass man selbst mit einer kleinen Spende und kleinen Aufmerksamkeiten ganz, ganz viel im Leben von anderen bewegen kann. Ich möchte das Geld an Crappet ONG in Benin spenden, weil sie das Geld dafür verwenden, um Wasserstellen zu bauen, um kleine Klassen in ländlichen Gebieten aufzubauen. Und ich finde, das ist eine tolle Initiative. Außerdem schickt meine Nachbarin von hier aus viele Sachspenden, Geschenke und so weitere Dinge, die dort benötigt werden nach Benin. Und ich glaube, da können wir mit dem Geld was ganz, ganz Tolles bewirken. Vielen Dank.